Was haben Rechtecke überhaupt mit dem Trading zu tun? In diesem Video zeige ich dir einer der bekanntesten Chart-Formationen, das bärische Rechteck, wie du diese im Chart interpretierst und wie du damit eigene Kursziele bestimmen kannst. Das Rechteck oder die sogenannte Trading Range gehört zu den Konsolidierungsformationen. Und es gibt zwei Arten von Rechtecken, das bärische Rechteck und das bullische Rechteck. Beide haben eine leicht abweichende Form und dementsprechend auch bei der Kurszielprognose eine andere Deutung. Lasst uns im folgenden Mal das bärische Rechteck genauer anschauen. Das bärische Rechteck zeichnet sich dadurch aus, dass es in einem Abwärtstrend sich bildet und den Abwärtstrend damit bestätigt. Das bärische Rechteck charakterisiert sich durch zwei horizontal verlaufende Trendlinien, in denen der Kurs hin und her fluktuiert. Das bärische Rechteck stellt eine Konsolidierungsphase in einem bestehenden Trend dar, und wird auch in Trendrichtung aufgelöst. Ein Ausbruch an der Unterseite löst dementsprechend auch neue Impulse aus und setzt den Abwärtstrend fort. Auch mit dem bärischen Rechteck können wir Kursziele bestimmen. Wie ermittle ich das Kursziel bei einem bärischen Rechteck? Ich messe zunächst die Höhe des Rechtecks ab und bilde sie an der Unterseite ab. Damit habe ich dann schon mein erstes Mindestkursziel grafisch bestimmt. Mit der innovativen IG-Handelsplattform kannst du selber Chartanalyse betreiben und mit verschiedenen Chartfunktionen sogar auch eigene Chartformationen wie das bärische Rechteck einzeichnen. Schauen wir uns doch hierfür mal den DAX 40 bzw. Deutschland 40 an. Im Chart können wir sehr schön erkennen, dass wir hier in einem DAX Deutschland 40 Chart sind, auf Tagesbasis, und wir hier auch wiederum ein Rechteck vor uns finden. Dieses Rechteck habe ich natürlich ausfindig gemacht und konnte mit den Chart-Tools und Zeichentools von IG hier unter dem Punkt Rechteck auswählen und mir dieses Rechteck auch einzeichnen. Wie wir sehen, der Kurs erreicht hier diese Konsolidierungsphase, fluktuiert in diesem Rechteck hin und her, ehe mit dem Ausbruch an der Unterseite neue Impulse an der Unterseite freigesetzt werden und dieser Abwärtstrend fortgesetzt wird. Wie ich vorher schon eingangs erwähnt hatte, können wir ein Kursziel bestimmen. Und das machen wir, indem wir die Höhe des Rechtecks abmessen und diese Strecke an der Unterseite projizieren. Siehe da, wir haben ein neues Mindestkursziel, was auch im weiteren Verlauf erreicht worden ist. Kanntest du schon das bärische Rechteck und hast du sogar schon mal mit dem bärischen Rechteck gehandelt? Das würde mich interessieren. Wenn du aber noch weiteres Interesse an anderen Chart-Formationen hast, dann schau dir gerne dieses Video an. Wenn du unseren Kanal gerne folgen möchtest, dann tu das hier.